In Bern sollen sich alle Menschen bewegen können, ohne Angst zu haben vor Belästigung oder Gewalt, natürlich vor allem sexueller Belästigung und sexualisierter Gewalt. Mit dem Tool «Bern schaut hin» möchten wir einen Schritt weiterkommen zu einem öffentlichen Raum ohne Gewalt und ohne Queer-Findlichkeit. Wenn Ihnen alle aber daran nicht beteiligen, dann sind wir natürlich noch viel schneller auf diesem Weg zu einem gewaltfreien öffentlichen Raum.